Der Beginn eines neuen Jahres bringt mit sich eine neue Hoffnung. Ein erneuter Fokus für die kommenden zwölf Monate. Neue Ziele. Und während sich das Tor zur Welt öffnen mag, um einigen Auserwählten neue Möglichkeiten zu eröffnen, wird es anderen vor der Nase zugeschlagen. Heute Abend. Tristan Archer forderte Vanjel in einem Rematch um die BXV Unified World Wrestling Championship heraus. Und das könnte für lange Zeit seine letzte Chance auf diesen Titel sein. Und Jörn Simmonds will endlich seine Rechnung mit Vincent Heisenberg begleichen. Sie kämpfen ohne Countouts, ohne Disqualifikation und ohne jegliche Regeln in einem unsanctioned match. Wer wird 2023 auf dem richtigen Fuß beginnen? Wer baut Schwung mit dem so wichtigen ersten Sieg des Jahres auf? Und wer hängt fest in einem Dead End? Herzlich Willkommen bei BXV Dead End 2023.